Es gab mal wieder eine kleine Aktion zu einem Buch von mir und zwar diesen hier, Landhexen und Stadthexen. Da ist so alles drin zum Thema Landhexen und Stadthexen mit Fokus auf Stadthexen dann auch, was man so in der Großstadt oder generell auch Vorstadt so alles machen kann. Vorstadt ist ja so ein Zwischending und das gab es wieder zu gewinnen. Also hier kleiner Einblick, gibt auch Rezepte, Rituale, Ideen, so ein bisschen was von jedem. Kann man auch auf Amazon dann einsehen. Hier so das Inhaltsverzeichnis, was das Buch so zu bieten hat mit 227 Seiten. Ja, das sind die Zettel mit den Namen. Die ziehe ich jetzt und dann schauen wir doch gleich mal, wer hier gewonnen hat. Ich versuche ein bisschen zu mischen, insoweit es hier überhaupt geht. So, jetzt ziehe ich einfach mal was. Herzlichen Glückwunsch, bitte melde dich bei mir mit deinen Daten, damit ich dir dazukommen lasse und teile mir doch bitte mit, ob du eine Widmung drin haben möchtest. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Buch. Möge es lehrreich sein und Ideen anregend. Tschüss!